Erdogan Ja und, ist er jetzt bei uns ein Muslim? Deswegen, die Yahuwah, passt auf. Wer vom Assel her nicht Muslim ist, der kann tausend Sachen machen. Ja, der kann sogar den Quran auswendig haben. Und der wird kein Muslim bei uns. Bei uns. Und der wird kein Muslim bei uns. Und der wird kein Muslim bei uns. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!